So, ich zeige euch heute mal den AEK Akkuschrauber BS18C, 60 Nm, wir drehen heute den Schrauber rein, 8,0 x 80, wo normal jeder Spielzeugschrauber schon das Stöhnen anfängt. Der Schrauber hat zwei Gänge, der erste Gang kann 0 bis 450 Umdrehungen und der zweite Gang 0 bis 1650 Umdrehungen schaffen. Wir haben eine Verstellbarkeit, 22 Verstellmöglichkeiten vom Nm der Schraube und eine Bohrfunktion. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie er die dicke Schraube da reinknötet. Er hat 60 Nm, also richtig kraftvoll. Ist zu empfehlen für jeden etwas Profi-Handwerker, so jetzt mal, wo er mehr machen will als sonst. Er hat auch ein Licht. Also ohne Probleme knötert er diese Schrauben da ins Holz. Kann auch stärkere Schrauben locker schaffen. Einfach nur zu empfehlen für jeden Profi-Handwerker, so etwas sich zuzulegen. Kostbar weniger als die billigen im Baumarkt für 40, 50 Euro, aber die Investition lohnt sich.